Naja. Mein Pfeil und Bogen wieder. Ich höre Leute husten. Okay, hier geht's sonst nicht weiter. Ich bin ja hier rausgekommen, ne? Genau. Ich will nur sicher gehen, ob ich ja auch alles abklappere. Beziehungsweise möglichst alles abklappere. Da geht eine Treppe hoch. Da ist gar nichts. Nope, hier ist wirklich nichts. Okay, dann würde ich sagen, spontan Treppe hoch. Da hinten ist irgendwas. Da drin ist irgendwer. Ey, ich will da rein. Ey, wie komme ich denn da rein? Die geht so allen nicht so ganz gut, ne? Okay. Ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Immer so ein bisschen gucken. Da gehen zweimal Treppen hoch. Das ist der Laden eben, wo ich die Leute erschossen hab. Kann ich da hoch? Ne, leider nicht. Schade aber auch. Da kann ich auch noch hochklettern. Oh, ne Kugel. Dafür hat sich der Solle mal gelohnt. Langsam kriege ich Hunger. Habe ich schon mal in der letzten Aufnahmesession oder davor oder so gesagt, ne? Ich glaube, da ist wirklich keiner drin. Na klar, jetzt ist die Tür zugefallen. Ganz zufällig. Oh Gott! Oh, fuck! 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 Nein! Oh, was machst du denn? Ja! Oh, pfff! Oh, Gott! Ach, Mist, aber auch. So, das ist so. Nein, komm. Komm, mach, 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 mach. Oh, ey, echt mal. Das ist so scheiße. Der merkt einfach nicht. Oh Gott, ich werde angegriffen. Ja, dann packe ich halt mal den Fallenbogen ganz langsam weg. So. Ähm. Da kann ich auch nach unten. Ich weiß noch nicht, ob ich nach unten will oder nicht. Huch. Ich würde eigentlich gerne zu diesen hustenden Leuten. Verschmiss dich muss nach unten. Nein, komm. Nein, komm, mach. Mach doch, du doofe Sau. Oh, fuck you. Ganz einfach. Ich glaube, ich lasse mich einfach mal töten, damit ich das nochmal machen kann. Du sauer, echt mal zu blöd zu allem. Ich weiß, ich hätte auch die Waffe nehmen können, aber ich will halt nicht. Ja, tü- Ach, klar. Mhm. Langsam bin ich angepüxt. Langsam, aber sicher. Ja, hallo? Oh Gott. Blöder Irschland. So muss das gehen. Ja, hallo. Dann wird trotzdem nochmal so eins. Hier war ja sonst jetzt erstmal niemand mehr. Aufgenommen habe ich ja auch hier nichts. Weil ich glaube nämlich eher, dass ich hier die Kette runterklettern muss. Falls es da überhaupt weitergeht. Auf jeden Fall liegt da irgendwas. Ich will noch ein bisschen gucken. Nicht, dass da irgendwelche Leute sind. Hm. Hey, wer redet mit mir? Achso, du. Du redest mit mir. Ich habe das eben nicht mitgekriegt. Ich habe dich eben nicht gesehen. Sonst ist hier gar nicht. Möchtest du irgendwas? Soll ich dir irgendwie helfen? Nein? Okay. Okay. Ich weiß, wo ich lang muss. Leider, leider, leider. Geht es hier nicht weiter? Hallo. Schade, aber auch, dass ich in den einen Raum nicht reinkomme. Nee, für das nehme ich jetzt doch die Pistole. Hey, du! Hey, warte, nein! Ja, da liegt noch was. Aber hä? Ich habe doch alles eingesammelt. Ich traue hier nichts. Voll scheiße, dass ich dort nicht reinkomme. Muss ich den ganzen Weg zurücklatschen? Oh nee, ich mag nicht dadurch wieder. Kann ich hier rüber nicht irgendwie... Oh, noch einer. Nein, das ist ja so einer. Ah, fuck. So. Es tut mir leid, das muss so sein. Okay. Ah, jetzt kann ich hier runter. Ah, okay. Hauptsache, ich muss den ganzen Weg nicht nochmal da durch. Unten durch. Okay. 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 Ich bin skeptisch. Ja, komm. Hey, du wirst nicht mehr hören, du sonnige B****! Ja, komm. Du musst nicht so heistig sein. Ja, komm. Töte mich. Genau. Töte... Ah, fuck you all. Ah, fuck. Sollte vielleicht nicht immer die ganze Zeit gezückt rumlaufen, ne? Kein Wunder, dass die mich direkt angreifen. Ja, die greifen mich auch direkt an, okay. Ist aber schön, ich hab irgendwie mit zwei Schuss drei Leute niedergemacht. Nein, komm, 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 mach's schneller, mach's schneller, mach's schneller! Nein, komm! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die greifen so oder so einen an, okay? Gut zu wissen. Ich will hier nur noch weg, 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 weg. Oh, bitte lass wieder bei Henry sein. Nein, natürlich nicht. Naja, fast. Ja, ich nehm die Abkürzung. Ich weiß auch schon wo lang, also von daher. Und zwar bei den Weinleuten vorbei. Da kann ich nämlich runterrutschen. Das wollte ich doch das eine Mal, als ich dort oben war, gar nicht machen. Oh Gott. Und jetzt hab ich halt gemerkt, dass das eine Abkürzung ist. Ich wusste nicht, ob das funktioniert. Ich hab mir, oh, ich probier's einfach mal. Der kann ja nicht mehr als tot auf den Boden aufkommen. Oh Gott. Ach, mir ist so warm. Seid ihr noch da? Sie sind weg! Wir können so nur... Ach so, ja genau, hier rüber. War das ja hier oben lang? Guck mal, da sind wir eher brav. Und hier runter. Oh, da liegt ja was. Ein Sodargetränk. Wenn ich dann gleich bei Henry bin, dann wende ich die Aufnahme-Session. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber wir sind gut vorangekommen. Wir haben vielen Opfern geholfen. Sehr vielen. Haben alle Waffen, die wir haben können. Na gut, unsere Munition sieht schon wieder etwas rar aus. Ihr habt bestimmt auch oft die Hände über den Kopf eingeschlagen. So nach dem Motto, oh Gott, jetzt hat sie sich wieder... Oh nein, oh nein, mach doch so lieber... Oh, Upsa. Warum läufst du? Weil ich die mal ausgedrückt hab. Ach, ja. Ich hab Hunger. Mach mal hin. Wenn ich was essen. Wenn ich was essen. Oh Gott. Henry, ist es mein Geburtstag? Nein, liebe Lieber. Nicht noch nie. Hey, du hast dich das? Ja, ich habe das. Gut. Wir haben endlich eine Chance zu reagieren. Komm her. Ich brauche etwas zu sprechen. Ich habe May's Mutter gefunden. Sie haben? Das ist gut. Das ist nicht gut. Sie ist wahrscheinlich in der Hotel. Der Hotel? Was ist das? Es ist nicht eine Veranstaltung. Und wenn sie da ist, ist es gegen ihre Wille. Sie sprechen über meine Mutter? Ja, Frau. Gib uns einen Moment, okay? Du meinst, sie ist für... Wann ist meine Mutter zurückgekommen? Soon, sweetie. Ihr neuer Freund? Er wird sie jetzt holen. Nichts? Henry ist richtig. Ich lasse jetzt. Okay. Dann wissen wir, was wir das nächste Mal zu tun haben. Aber das erst in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Tschüss. Eure Tai. Bye. Bis zum nächsten Mal.